Hallo und Willkommen zurück bei Fortress Crafted Wolf mit Andri. Hallo, grüß euch. In der Tiefe. In der Tiefe, ja. Ich habe vorhin aus Versehen den Crafting Table abgebaut. Da steht er wieder. Er funktioniert. Ja, alles drin. Nichts verloren gegangen. Interessanterweise habe ich jetzt noch drei weitere Stück vom Cutter-Head drauf im Inventar. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich habe das wieder zusammengebaut. Vielleicht kann das ein Crafting Table, aber es wird ja nichts bringen, den ein paar Mal hinzustellen, ne? Ähm, nein, nicht wirklich. Naja. Ja. Es gibt Automatic Crafting Tables. Nein, das ist es aber nicht. Also so ein Manufacturing, was weiß ich, was willst du es nennen? Ja, den Tisch habe ich wieder hingestellt. Aber... Ja. Ich überlege ja gerade, warum das vier sind. Kannst du alle vier anbringen? Moment, ich probiere gleich. Das hängt wieder mit StarCopters dann schneller oder mehr kann oder so. Und dann schon mal Upgrade. Nein, es summiert sich einfach nur, indem es daneben nochmal aufgebaut ist. Schaut sehr witzig aus. Okay. Und man kann in den genauso reinschauen. Okay. Ja. Nein, nimm es weg wieder. Du legst aber ins händische Inventar, vielleicht fällt mir mal was ein. Oder es ist irgendein Bug, dass du die so vielfältigen, wenn es genau passt. Okay. Hm. 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 Unverändert. Also... Ich könnte keine Veränderungen entdecken. Vielleicht wird hier was ein. Ich schau mir es dann an, wenn ich oben bin. Ich leg es ganz unten ins Inventar rein. Ja. Aber ich glaube nicht. Mir fällt jetzt nichts ein. Hm. Ja, ist witzig. Das macht nichts. So. Wir sind gleich vorne beim... Mit dem Bauern beim... Na, wie heißt das, wo das hergestellt wird? Ah, eine Machine Block Herstellung. Gut. Dann haben wir dieses Geschoss da aufgebaut. Und es müssten jetzt neun... äh, zehn Jahre sein. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, ja, genau. Ja, ich hab's gerade gesehen. Fast die wehenderweise. Mhm. Cooler Zinn. Da ist doch Kaffee, wie du weißt. Da hätten wir Eisen. Jetzt überlege ich grad, wie es anhängen soll. Haben wir eigentlich in irgendeinem Geschoss schon Eisen gefunden? Na, oder? Er ist nicht so... Beim Ausheben... Äh, das ist... Na... Na, ist nicht so gut gekommen. Es war immer coole... Na, es war ja, glaube ich, auch erst ab da herunten. Genau. Genau, 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 genau. So. Yeah. Könnte natürlich sein, aber ich werde jetzt trotzdem dort hin, glaube ich, einmal... Ähm... Ja. Ohre verlegen, damit ich das Eisen wieder anschließe. Äh, tiefer unten haben wir auf alle Fälle einige Eisen jetzt vollkommen gefunden. Mhm. Kohle, Zinn, Kupfer, Eisen. Das ist... Da... werden wir. So. Wie, da passt da jetzt schon bei eingehemmst. Praktisch. Ah, das müssen wir verbinden. So, und ich muss auf... Jetzt wird's nämlich vorne nix. Auf 65. Mit dem Ganzen da. Genau. Wenn wir vorher bei mir Eisen waren, haben wir ja gesehen, Höhe 65 haben wir dort. So. Äh, was für ein Nickel? Äh, kann ich... Weiß ich, wo du Nickel-Abbau gemacht hast? Sonst zu Kulis. Ja, das siehst du schon. Okay. Kurze Info. Ich schaue mal, ob ich im Inventar überhaupt was habe. Äh... Ja, Nickel habe ich da im Inventar. Ist ja nett. Schmeißen wir... Schmeißen wir... Kippen wir das mal rein. Insert Coin. Das brauche ich nur noch rausfinden... Das dürfte hier Nickel sein. Cool. Und dann habe ich da noch die Tarnigung, das werden wir auch gleich loswerden. Ich werde überhaupt schon, dass ich gleich alles loswerde, bis ich hier noch ein Teil habe. Lithium, das war doch hier vorne. Zing, Kupfer, Eisen, Kupfer. Lithium, ja. Gold ist hier. Nickel ist hier. Gold, ich habe was gemerkt. So. Oh. Oh. Da vorne. Das ist die. Nickel. Die Tarn. Oh, rein da mit Tarnigung. Tarnigung. So, dann graben wir uns zur Erzförderung, wo wir bei der Eisen aber da angeschlossen haben. Ja. 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 Du bist zackendustel. Das ist mir jetzt wurscht. Das geht da rein. Dann wäre das los. Vielleicht genug Platz für Nickel zum holen. Ich schau noch schnell, ist im händischen Storage noch was drin? Herze oder was? Mhm. Glaube ich nicht. Ah. Dun, 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 dun. Na klar, da war Gold. Und Lithium. Nein. Ich werde das gleich verwurscht haben. Ich werde das gleich verwurscht haben. Wenn da das recht ist. Ja, ok. Da sind übrigens 300 Storage Shops für dich drin, falls du brauchst. Dann gehe ich. Und zwei. Und zwei. Und vier. So. Das vierte ist Lithium. Nein. Ah, ich komme da in eine Rade rein. Drei, drei, vier, zwei. Jetzt haben wir es dann noch. Ah, ist noch ein Stück. Stefan, ich komme da in eine Rade rein. Aber natürlich, ich bin ein Stück. Es geht, ich bin ein Stück. Hurt, ich bin ein Stück. Oh, das nimmst. Hm? Okay, das ist vor. Das geht nicht schnell. So, das Würmchen verhält sich ruhig, oder? Jaja. Also vor einem Wirt, oder? Okay. Ich glaube, wir haben das zu drittend was gehen. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5... Und das werden die Tignitz hier und das schaffen noch. 36, Juni, Juni, sie verbraten. Na, bitte. Sollen ein Schamann wieder sich hier rühren, wir haben ein Geführungspfeder. Oh, wir kommen schon hin. Wir gehen hier an uns. Oh, da glaube ich haben wir es jetzt. So, dann werden wir da jetzt einmal vorläufig binden in dem Gang. Laufen da rüber. So, ähm... Nickel, ich muss zwei Aufzüge runter. Drei? Du musst bis in die grüne Ebene. Okay. Ja. Und... Ich glaube, zwei, drei, irgend sowas. Und der, der nach Osten geht. Da geht es dann so Treppen rauf. Da ist ein riesiges Nickel-Vorkommen angeschlossen. In die grüne Ebene hast du gesagt. Jep. Also in die Toxic-Vorkommen. Jep. Runter, runter, runter. Die erste Power-Storage-Base, die bei den grünen Brücken aufgebaut ist. Bei den grünen Männchen, okay. Genau. Bei den kleinen grünen Männchen. Hm. Ja, da wäre dann schlecht. Das ist eigentlich eh mit den Liften runter, wo es geht, ne? Ja, da musst du gar weiter. Die Lifte gehen noch nicht so weit. Die muss ich erst ausbauen. Ah, okay. Das ist das nächste. Die nächste Challenge? Mhm. Okay, jetzt bin ich in der blauen. Das heißt, ich muss mich da vorne runterkramen. Genau. Du gehst jetzt zu den Power-Storages. Und der mittlere Block ist das? Ja, genau. Und da griebst dich runter. Sehr cool. So, ich bin schon weg von den Power-Storages. Wird schon runter. Kann ich da eh längst durchfallen? Naja, mich ist immer gesehen. Na, jetzt muss ein Schacht bis nach unten sein. Da ist Eisner. In dem Schacht. Ja, ja, das weiß ich. Aber das ist Tiffaus oder sowas. Ich schließe das jetzt einmal an. Dann passt das. So. Ja, doch. Da sieht man es. Okay. Auf dieser Ebene ist nichts angeschlossen, glaube ich. Ja. Das weiß ich nicht. Wo bin ich denn? Und da kann ich mich gleich weitergraben, gell? Ja. Was denn? Vom nächsten Power-Storage runter. Ja. Bis zu dem grünen Bereich. Hm. Hallo, ich bin doch... Okay, ich grabe, grabe, grabe. Da kommt das nächste Power-Storage. Kann doch da nicht so weit weg sein von dem... Da blinkt irgendwas da unten. Da blinkt was? Ist irgendwas voll? Na, nein. Wie so eine Rettungskapsel-Ding da. Ah. So wie die normalerweise... In welcher Tiefe bist du? Minus 65. So, jetzt bin ich bei den Power-Storages... Warum kommen meine Gänge nicht zusammen? Warum kommen meine Gänge nicht zusammen? Unten, wo auch die MKs stehen. Ja. Da ist alles grün. Ja, und da ging ein Laser weg, oder? Wo die Power-Storages... Ja. 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 Da geht einer von den Laser, geht in so eine kleine Höhle halt, und da gehen links dann einmal Treppen rauf, wenn der Gang endet. Östlich. Ja. Die Orientierung da unten ist... Na, da wo es drunter gekommen ist, ist die Südseite für die Power-Storages. Da wo ich runterkommen bin, ist die Südseite. Dann muss das da drüben Osten sein. Ja, da ist ein... Und da geht's jetzt drauf. Ah ja. Sehr versteckt. Oh, ja. Nickel. Total voll. Ups. Oh nein. Da kann man nämlich Lächter auspacken, äh, ausleeren. Meine Energie ist leer. Oh, das ist blöd. Jupp. Nicht gut. Die Hypothermianade. Mhm. Am Anfang haben wir das total oft gehabt, weil der Anzug noch so scheisse war. Mhm. Mittlerweile. Äh, ist mittlerweile schon besser. Schon sehr viel besser. So. Passt. Ach so. Ich glaube, ich gehe einmal anschließen oben. Schau mal. Wie, mein, ey. Da ist ja fast nichts drin. Was, im Mittel? Nein, in meinem Mittel. Ach so, ja. Das habe ich komplett ausgeräumt. Was ist da? Da sitzt er drauf, da. Damit ich genug... Aufnehmen kann. Aber... So, ein bisschen Energie noch ziehen. Passt. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Ja, ja. Da unten ist... Titanium ist auch überall angeschlossen. Ich glaube sogar Gold ist irgendwo angeschlossen. Ja, ich nehme, was ich bekomme. Ja. Du kannst ja, wenn du dazwischen Titanium holst und du gehst dann retour zum Mittel, ist das wieder fast voll. Okay. Da hat das mit dem... Antimeter... Motor sehr schnell zuwiderfüllt. Okay. Okay. Ach, breit. So. Du schaust auf Z? Ja. Passt. Ich habe immer keinen drauf. Na, ich nehme es genau erreicht. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie wir unsere Rohre verlegen, dann schaltet wieder ein bei Antony Tipa, wenn es heißt Fotos Crafted Wolf. Tschau. Tschüss.